Hallihallöchen und herzlich willkommen zum fünften Kapitel der Jermaine-Fanfiction Exit von Dardalin. Ich muss zugeben, in den letzten Wochen war ich ganz schön angeschlagen. Ich hatte Husten und Schnupfen und Heiserkeit und all den schönen Scheiß, die man eigentlich nicht haben möchte. Und ja, ich hoffe, meine Stimme hält heute durch bei der Aufnahme. Und falls meine Stimme irgendwo inzwischen durch Probleme macht, es tut mir unendlich leid auch, dass sie jetzt anders klingt als normalerweise. Aber es wird nicht besser und jetzt versuche ich irgendwie, dieses Kapitel für euch aufzunehmen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Kapitel 5 Orkanschwarz Eine weitere Woche vergeht. Es ist unfassbar, wie schnell mir hier, im Hauptquartier des Widerstands, die Zeit durch die Finger rennt. Alles verschwimmt zwischen dem grauen Beton und den schwarz gekleideten Rebellen. Zwischen den Mahlzeiten und dem Sport und den Treffen mit Lovegood, bei dem ich ihr alles über den Exit erzähle und die Runenbeschwörungen aus meinem Gedächtnis krame, damit sie sich diese notieren kann. Es wird noch einige Treffen dauern, bis ich ihr alles beigebracht habe, was ich weiß. Und natürlich irgendwann Probanden. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Derweil verliere ich mich in Raum und Zeit, was auch daran liegen könnte, dass ich keine Ahnung habe, was draußen vor sich geht. Beziehungsweise an der Oberfläche, wie ich es in meinem Kopf mittlerweile insgesamt betitle. Ich halte mich lediglich damit über Wasser, dass ich den Plänen auf dem Anschlagbrett die Wochentage entnehme. Ansonsten bin ich absolut abgeschnitten von all den Informationen, von denen ich eigentlich gewohnt bin, sie als einer der Ersten zu erhalten. Es macht mich schlichtweg wahnsinnig, nichts zu wissen. Nachdem ich mich gleich bei der ersten Versammlung so unvorteilhaft eingemischt habe, war ich bei keiner weiteren mehr dabei, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass welche stattgefunden haben. Das habe ich vermutlich Granger zu verdanken. Vielleicht hat sie Potter damit gedroht, auch dort nicht mehr zu erscheinen, sofern er mich weiterhin teilnehmen lässt. Nun, glücklicherweise habe ich noch Creevy und zumindest auf den ist Verlass, denn er redet grundsätzlich zu viel und verplappert sich daher gerne. Was im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich diese Woche unverhofft erfahren durfte, dass die Todesser versucht haben, eine magische Siedlung im Westen des Landes anzugreifen. Und zwar genau eine von denen, deren Wachposten Granger gekürzt hat, um die Sicherheitsvorkehrungen in und um Hogsmeade zu verstärken. Wenigstens waren sie dabei erfolglos. Der Angriff ist gescheitert und die Wachen vor Ort konnten die Siedlung trotz ihrer Unterbesetzung erfolgreich verteidigen. Einige der Rebellen, die in der entsprechenden Nacht im Dienst waren, haben sich, laut Creevy, leichte Verletzungen zugezogen, konnten aber nach einem kurzen Besuch im Schockraum recht schnell wieder in ihre jeweiligen Aufgaben entlassen werden. Mein Glück. Wenn die ganze Sache anders ausgegangen wäre, hätte ich vielleicht Grangers Zorn dafür zu spüren bekommen, dass ich recht hatte. Zuzutrauen wäre ihr das auf jeden Fall. Jetzt ist es Donnerstagvormittag und ich stehe zum ersten Mal, wenn man meine flüchtige Besichtigung nicht mitzählt, in dem Saal, in dem die Kampftraining stattfinden. Es machte meinen Augen nicht sonderlich viel Sinn, dass ich nun auch hier anwesend sein darf, denn ich habe keinen Zauberstab und kann somit kaum irgendeinen Beitrag leisten. Aber ich muss zugeben, dass ich tatsächlich neugierig bin. Und selbst wenn ich nur zuschauen werde, ist es immer noch eine willkommene Abwechslung zu meinem bisherigen Alltag im Camp Schwarz. Neben mir steht Creevy und unterhält sich mit Booten Abbott. Jenny Weasley und Blaze sind ebenfalls da. Und allmählich keimt der leise Verdacht in mir, dass Potter zumindest letzteren zu jeglicher Aktivität, die ich besuchen muss, ebenfalls schickt. Entweder um ein Auge auf mich zu werfen oder damit ich mich nicht absolut fehl am Platz fühle. Ich bin mir nicht ganz sicher. Noch etwa 15 weitere Rebellen lehnen an der Wand und warten darauf, dass das Training beginnt. Hauptsächlich handelt es sich dabei um jüngere Widerstandskämpfer. Einige der Gesichter kenne ich schon vom Sporttraining oder aus dem Speisesaal. Ein paar andere habe ich hingegen noch nie zuvor gesehen. Ich wüsste wirklich gerne, ob sie wochenweise zwischen den Camps rotieren. Vielleicht sollte ich Blaze bei Gelegenheit danach fragen. Oder lieber Creevy, der ist Gesprächiger. Die Tür geht auf und Ronald Weasley marschiert herein. Innerlich verdrehe ich die Augen, denn ich nehme schon fast an, dass er auch dieses Training leiten wird. Doch gerade als die Tür im Begriff ist, wieder ins Schloss zu fallen, wird sie erneut energisch aufgestoßen und Quencher rauscht in den Saal, wobei ihr orkanschwarzer Umhang hinter ihr herwirbelt. Zu meiner Überraschung und meiner Achtung stehen die Rebellen, die sich am heutigen Morgen hier eingefunden haben, umgehend stramm. Sogar Blaze löst eine entspannte Haltung an der Wand und macht einen Schritt nach vorne, um sich neben ihnen einzureihen. Es wird still. Ich für meinen Teil bewege mich keinen Millimeter. Mit verschränkten Armen, überkreuzten Knöcheln und dem Rücken an der Wand bleibe ich genau dort, wo ich bin, und richte meinen Blick zweifelnd auf Granger. Sie leitet das Kampftraining, will ich flüsternd wissen, und Creevy, dem ich meinen Kopf zugewendet habe, nickt unmerklich. Ist das immer so? Weshalb ausgerechnet sie? Er wirft mir einen kurzen Seitenblick zu und schaut da weit rein, als wäre ich ziemlich beschränkt. Sie ist nun mal die Beste in Zauberkunst und Kampfmagie, wispert er zurück und wendet sich dann rasch wieder ab. Hat er wirklich Angst, beim Flüstern erwischt zu werden? Ich schüttle, entnervt den Kopf. Lächerlich. Wir sind hier nicht mehr in Hogwarts und das hier ist nicht McGonagalls Unterricht. Granger ist auch keine Schulsprecherin und sie wird wohl kaum Strafpunkte verteilen. Andererseits weiß ich natürlich nicht, was sie stattdessen mit unaufmerksamen und aufmüpfigen Rebellen anstellt. Wie gesagt, ihr traue ich alles zu. Wir beginnen mit einem 4 zu 1, genau wie letzte Woche, ruft Granger statt einer Begrüßung laut in den Saal. Sie steht mittlerweile in dessen Mitte und lässt ihren Blick langsam über die Anwesenden gleiten, als würde sie sich vergewissern wollen, dass jeder da ist, der auch da sein soll. Selbstverständlich ignoriert sie mich dabei komplett. Ich bin wieder Luft für sie. Und noch einmal frage ich mich, warum ich denn überhaupt hier bin. Ihre Entscheidung wird es wohl kaum gewesen sein. Nun, vielleicht streitet Potter sich einfach gern mit ihr. Weasley scheint der Einzige zu sein, der nicht am Training teilnimmt, denn er beschwört in einer Ecke des Raums einen Stuhl herauf, dreht ihn herum, lässt sich rittlings darauf sinken und stützt einen Arm lässig auf der Rückenlehne ab. In seiner anderen Hand baumelt sein Zauberstab. Mich überkommt das unwillkürliche Gefühl, dass er ebenfalls nur aus einem einzigen Grund hier ist. Und zwar, weil ich hier bin. Um Blaze beim Aufpassen zu unterstützen. Die Frage ist nur, wen er im Zweifel beschützen muss. Granger vor mir oder andersherum. Ich will sehen, ob ihr euch verbessert habt. In der letzten Woche waren die Leistungen miserabel, verkündet Granger hochnäsig. Obwohl ihr Gesicht hart ist und ihre Augen Hitze ausstrahlen, ist ihre Stimme ruhig. Noch. Ein nervöses Umhangrascheln veranlasst mich dazu, meinen Blick ebenfalls schweifen zu lassen. Einige der jüngeren Rebellen wirken tatsächlich angespannt, wenn nicht sogar latent verängstigt. Naja, vielleicht fängt sie doch strafen. Parker, Hensworth, Abbott, Creevy! Bilt Granger, während sie mit einer flüssigen Handbewegung ihren Umhang abstreift und ihn in Weasleys Richtung wirft. Ich sehe zu, wie der schwarze Stoff durch die Luft flattert, bevor das Weasel danach greift und ihn über seiner Stuhllehne trappiert. Creevy stöhnt leise, als sein Name erklingt, setzt sich dann aber folgsam in Bewegung und stellt sich mit den anderen auf einer Seite des Raums auf. Jetzt kapiere ich, was Granger am Anfang gemeint hat. Ihr 4 zu 1 bedeutet nichts anderes als 4 gegen Granger. Ich kann mich gerade noch davon abhalten, amüsiert zu pusten. Es sind Wiederholungstrainings, höre ich Blaze neben mir leise mummeln. Nicht alle haben sie andauernd nötig, aber manchen liegt Kampfmagie eben nicht so gut wie anderem. Es gibt Leute, die jede Woche eines dieser Trainings absolvieren müssen und sich trotzdem kaum verbessern. In seiner Stimme liegt ein Haufen Belustigung und er nickt unauffällig in Richtung Abbott. Die Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich sagen. Und warum bist dann ausgerechnet du hier, gebe ich genauso leise zurück. Ich weiß ja genau, dass er das Training nicht nötig hat. Du sollst nicht andauernd Fragen stellen, deren Antwort du bereits kennst, flüstert er erheitert und ich verdriebe entnervt die Augen. In der ersten Runde wehre ich euch nur ab, wie immer. Eure Aufgabe ist es lediglich, mich ein einziges Mal zu treffen, kapiert? ruft Granger. Sie krampelt langsam die Ärmel ihres Langarmshirts hoch und ich kann es nicht verhindern. Meine Augen huschen dank der Bewegung reflexartig zu ihrem Unterarm, doch sie ist zu weit von mir entfernt, als dass ich etwas erkennen könnte. Einfache Entwaffungszauber. Bevor ich angreife, gebe ich euch ein Zeichen. Fertig? Grangers Zauberstab rutscht folgsam aus dem Holster in ihre Hand. Ich lasse meinen Blick auf ihr ruhen. Ich habe so viel über sie gehört. Jetzt will ich es auch sehen. Und dann geht es los. Die ersten vereinzelten Entwaffungszauber werden von Granger gelangweilt beiseite gewischt. Creevy übernimmt zugleich das Kommando und feuert seine Mitstreiter verbal an, was mir fast so etwas wie ein Lächeln entlockt. Selbstverständlich habe ich mich unter Kontrolle. Die Zauber werden daraufhin umgehend schneller auf Granger geschleudert, doch sie verzieht noch nicht einmal die Mine. Irgendwann hebt sie ihre freie linke Hand und ich kann sehen, wie sich ihr Brustkorb einmal hebt und senkt, als würde sie für irgendetwas Kraft sammeln. Die Handfläche wendet sie ihren Gegnern zu, ändert ihren Stand und nimmt eine abwehrende Position ein. Sie beschwört ein Schutzschild herauf und hält es lediglich mit ihrer freien Hand an Ort und Stelle, während sie mit dem rechten Handgelenk weiterhin jeden Expelliarmus abwehrt, der aus der Reihe tanzt. Der überwiegende Teil der gegnerischen Zauber brattelt in ihr Schild, wo jeder Einzelne davon sofort wirkungslos verpufft. Nach ungefähr einer Minute lässt das Schutzschild nach und Granger beschwört es umgehend erneut herauf. Ich starre sie fassungslos an, denn so etwas habe ich noch nie gesehen. Magische Schutzschilde heraufzubeschwören, ist eine anstrengende und magiezehrende Angelegenheit. Dauerhaft eins zu halten, ist sogar noch ermüdender. Dass man derweil mit dem Zauberstab noch weitere Zauber ablockt oder sogar selbst welche wirft, ist quasi so gut wie unmöglich. Zumindest war ich davon bisher fest überzeugt. Granger beweist mir gerade das Gegenteil. Schneller, verlangt sie. Die vier Rebellen auf der anderen Seite des Raums tun sich schwer damit, ihren Anforderungen gerecht zu werden. Abbott steht bereits der Schweiß auf der Stirn. Granger lässt das Schutzschild verschwinden und hebt den Zeigefinger ihrer linken Hand, was wohl das verabredete Zeichen sein muss. Und ja, ich habe recht, denn nun greift sie an. Nach jedem Expelliarmus, den sie abblockt, schickt sie zwei oder drei eigene auf ihre Schüler. Nichts anderes sind sie im direkten Vergleich zu ihr. Sie bewegt sich kaum und weicht nur hin und wieder einigen trudelnden Zaubern aus, wenn es sich nicht vollständig vermeiden lässt. Manchmal macht sie einen kurzen Schritt nach vorn und kommt den anderen somit unweigerlich immer näher, was ihre Zielgenauigkeit bemerkenswert erhöht. Bei den vier Rebellen, die ihr gegenüberstehen, bricht schnell Hektik aus. Parker und Hemsworth sind zuerst entwaffnet und sammeln mit roten Wangen ihre Zauberstäbe ein. Ich bin mir nicht sicher, wie lange es im Endeffekt gedauert hat, denn ich habe nicht auf die Uhr geschaut, als sie mit dem Training begonnen haben, aber viel Zeit kann nicht verstrichen sein. Zu meinem heimlichen Verdruss trifft es Creevy kurz nach ihnen und er lässt Abbott allein in der Mitte des Saals zurück. Ihr steht die Panik ins Gesicht geschrieben. Und das, obwohl der Expelliarmus, der wohl harmloseste Duellzauber ist, den es überhaupt gibt. Angreifen Abbott, erinnert Granger sie. Sie hat ihre eigene Zauberei eingestellt und begnügt sich wieder damit, Abbott's zumindest nonverbale Versuche abzuwärmen. Mir fällt auf, dass sie gelangweilt aussieht. Meine Augen huschen über ihr Gesicht und ich kann darin weder ein Anzeichen für Erschöpfung noch für Freude an der Aufgabe erkennen. Ihre Miene ist absolut neutral. Ich frage mich unwillkürlich, ob sie ebenfalls ein Okkulments ist und verwerfe den Gedanken dann sofort wieder. Wenn sie es wäre, dann hätte sie sich bei der Versammlung besser im Griff gehabt, oder? Ich kratze mich unsicher am Kinn. Mein Blick wandert zu ihrem Handgelenk, das mit einem fast schon rhythmischen Schnippen die Bewegungen vollführt, die es braucht, um Abbott's Zauber abzuwehren. Und dann bestätigt sie meine stille Beobachtung, indem sie plötzlich ihre Hand hebt und auf ihre Augen legt. Sie legt den Kopf leicht schief, um Abbott ihr Ohr zuzuwenden und blockt deren mickrige Versuche schließlich blind ab. Jeden einzelnen Expeleamus, den Abbott wirft. Es wäre durchaus beeindruckend, wenn es nicht gleichzeitig dermaßen erniedrigend wäre. Du darfst nicht die ganze Zeit im selben Rhythmus zaubern, rufe ich und höre Blaze neben mir resigniert aufstöhnen. Er verlagert sein Gewicht auf sein anderes Bein. Trottel, flüstert er. Und damit hat er wohl recht. Granger reißt die Hand von ihren Augen, schleudert einen wütenden Expeleamus auf Abbott, der sie sofort entwaffnet und zurücktaumeln lässt, und wirbelt zu mir herum. Ups. Scheinbar gehört Reinrufen zu den Dingen, die Granger provozieren. Zumindest, wenn es von mir kommt. Dann marschiert sie auch schon auf mich los, und ich muss mich beherrschen, um meine lässige Haltung an der Wand beizubehalten. Ihre Augen sprühen verdammt nochmal Funken. Als sie zwei Fuß vor mir zu stehen kommt, wird mir klar, wie klein sie in Wahrheit ist. Sie muss sogar den Kopf in den Nacken legen, um mir weiterhin ins Gesicht ziehen zu können. Aber ich stelle fest, dass ihre Körpergröße sie nicht weniger bedrohlich macht. Ich erwidere ihren Blick, mit einer, wie ich mir erhoffe, eleganten Nonchalance. Ich habe Respekt vor ihr, ja, aber keine Angst. Ich habe dem dunklen Lord gedient, Merlin nochmal. Im direkten Vergleich zu ihm ist Granger nur eine wütende Frau unter Potters Fuchtel. Außerdem sitzt in der Ecke noch der allzeit schnaubende Weasley. Der wird schon eingreifen, wenn es zu brenzlig wird. Du wachst es, in meinem Training zu pfuschen, zischt sie. An ihrer Stimme könnte man sich schneiden, so scharf ist sie. Doch ich zucke nicht vor ihr zurück. Ich habe Abbott lediglich einen Tipp gegeben, erwidere ich unbeeindruckt. Kaum ein Grund, mich umzubringen, Granger. Bleib locker. Wenn du dich dazu berechtigt fühlst, Ratschläge zu erteilen, dann mach es erst einmal besser. Ja, war auch die Wut entbrannt. Ich habe leider keinen Zauberstab. Ach, nimm den von Creevy. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich höre Weasley ihren Namen sagen, aber sie ignoriert ihn vollkommen. Seine rothaarige Schwester schwankt kurz in der Reihe, als würde sie einen Schritt nach vorne machen wollen, hält sich dann aber doch zurück. Blaze seufzt lediglich ein weiteres Mal. Creevy reicht mir seinen Zauberstab mit entschuldigender Miene. Also stehe ich da, bewaffnet mit einem Stab, von dem ich nicht einmal weiß, ob er mir gehorchen wird. Granger befindet sich bereits wieder in ihrer Ausgangsposition und starrt an die gegenüberliegende Wand. Als ich vortrete, ist es so leise, dass jeder meiner Schritte unnatürlich laut in dem großen Saal wiederhalt. Ich positioniere mich auf der anderen Seite, drehe mich zu Granger herum und hebe meine Hand. Die Magie summt durch meinen Arm und zumindest das ist ein gutes Zeichen. Sie greift ohne Vorwarnung an und macht sich dabei nicht einmal die Mühe, ihr Schutzschild zu errichten. Ihr Gesicht ist hart. Sie ist unglaublich wütend. Aber sie schaut mir nicht in die Augen, sondern fixiert meinen Körper als Gesamtheit. Ganz so, als wäre ich irgendein Objekt, das sie zerstören will. Was ich vermutlich auch bin. Ihre ersten ungesagten Zauber wehre ich ab, bevor ich mir sicher genug bin, dass Creevys Stab mir wirklich gehorcht. Dann feuere ich einige Expelliarmus zurück, denn ich nehme an, dass sie es nicht tolerieren würde, wenn ich irgendeinen anderen Zauber benutze. Obwohl ich mich schnell bewege, bin ich eher damit beschäftigt zu blocken, als selbst zu zaubern. Nach der ersten Minute steht mir bereits der Schweiß auf der Stirn. Jetzt kann ich zumindest ansatzweise nachvollziehen, wie Abbott sich gefühlt haben muss. Wie eine Raubkatze kommt Cranger näher und ich mache einige Schritte zurück. An dem Raum gibt es ein paar Säulen und ein Reflex bringt mich dazu, hinter eine von eben jenen zu springen. Es gab immerhin keine Anweisungen dazu, dass man während des gesamten Duells auf derselben Seite verhauen muss. Immer wieder schicke ich meinen Zauber blind links um die Säule, während ihre eigenen daran abprallen oder dicht in meinem Kopf vorbeisausen. Sie nähert sich nun schneller. Ich höre das bedrohliche Geräusch ihrer Stiefel auf dem blanken Boden. Als ich das Gefühl habe, dass sie mir zu nahe ist, gebe ich mein Versteck auf und feuere eine ganze Salbe von Entwaffnungszauber auf sie, die sie allesamt zornig abwehrt. Ihre Augenbrauen sind zusammengezogen und sie atmet schnell. Nicht, weil sie angestrengt ist. Da bin ich mir sicher. Schließlich beschwört sie doch ihr Schild herauf. Und das ist der Moment, in dem ich mit diesem Stab und dank meiner wochenlangen Magieabstinenz nicht einmal den Hauch einer Chance habe. All meine Versuche, sie zu entwaffnen, landen in ihrem Schutzschild, das sie mit ihrer linken Hand unerbittlich vor sich herschiebt, während sie auf mich zumarschiert. Sie beschießt mich mit einem wütenden Expelliarmus nach dem anderen und trifft mich schließlich so hart, dass ich stolpere und rückwärts zu Boden gehe. Creevys Zauberstab kullert über den grauen Beton, doch ich rapple mich schnell auf und hechte ihm hinterher. Es kommt bei keiner Sekunde den Sinn, mich zu ergeben, auch wenn es vielleicht das Klügste wäre. Der Absatz ihres Stiefels landet hart auf meiner ausgestreckten Hand, die nur noch rund 20 Zentimeter von dem Stab entfernt ist und bringt mich damit erneut aus dem Gleichgewicht. Meine Knie treffen wieder auf den harten Boden und ich keuche frustriert. Ich lasse den Blick auf ihrem Stiefel ruhen und betrachte schwer atmend ihre strammen Schnürsenkel. Nicht, weil ich mich dafür schäme, dass sie mich so schnell besiegt hat, sondern weil mir wieder Blaise Worte durch den Kopf geistern. Ich soll sie nicht provozieren und das würde ich ganz sicher, wenn ich jetzt zu ihr aufschaue. Auch wenn ich mittlerweile bezweifle, dass es überhaupt irgendetwas gibt, das diese Hexe nicht provoziert. Cranger schlanke Hand erscheint in meinem Blickfeld und zupft auf Kniehöhe kurz in ihrer Kargehose, sodass sie sich bequem vor mir in die Hauptke sinken lassen kann. Dann spüre ich die Spitze ihres Zauberstabs in meinem Hals. Sie gleitet über meine Haut, folgt meiner Hauptschlagader und meinem Kieferknochen und landet unter meinem Kinn. Als der Druck stärker wird, hebe ich den Kopf schließlich doch und sehe ihr ins Gesicht. Sie ist nicht außer Atem und ihr Gesicht ist wieder ausdruckslos, aber ihre Augen brennen. Du bist erbärmlich, flüstert sie und mir wird klar, dass sie es nicht einmal tut, um mich vor den anderen bloßzustellen. Das hier ist eine Sache zwischen ihr und mir. Es ist nur für meine Ohren bestimmt. Ein weiteres Wort, wenn man dir keine Frage stellt. Und ich sorge dafür, dass es das Letzte ist, was du jemals von dir geben wirst. Du wirst hier geduldet, Malfoy. Aber was mich betrifft, meine Geduld ist begrenzt. Ihre großen Pupillen sind nur unmerklich schwärzer, als die hier rieden um sie herum. Ich starre sie atemlos an. Ihr Zauberstab wandert von meinem Kinn über meine Wange und dann, als ich schon das Gefühl habe, die Augen niederschlagen zu müssen, weil ich ihrem stechenden Blick einfach nicht mehr standhalten kann, verschwindet das Holz unter meiner Haut und der Druck ihres Stiefels vor meinem Handgelenk. Als ich mich endlich aus meiner Starre löse und aufsetzen kann, sehe ich nur noch, wie sie mit wehendem Umhang den Raum verlässt. Spar es dir, flaume ich Blaze an, als ich mich beim Mittagessen ihm gegenüber auf meinen üblichen Platz im Speisesaal fallen lasse. Das Ich-habe-s-dir-doch-gesagt blitzt mir quasi aus seinen blauen Augen entgegen. Man muss es gar nicht erst aussprechen. Eine positive Überraschung des heutigen Tages? Ich darf mein Zimmer jetzt alleine verlassen. Was wiederum bedeutet, dass ich mich ab sofort duschen und umziehen kann, ohne danach von Creevy oder Blaze abgeholt und zum Essen eskortiert zu werden. Und, oh Wunder, mich hat auf meinem Weg zum Speisesaal tatsächlich niemand verflucht. Wäre ich wegen des Kampftrainings nicht so angesäuert, wäre das vermutlich ein echter Grund zur Freude. Blaze-rechter Mundwinkel hebt sich nur unmerklich. Dann fährt er stumm damit fort, in seinem gegrillten Gemüse zu picken. Granger ist nirgendwo zu sehen. Und das ist gut so. Ich weiß immer noch nicht, welches Gefühl ihr gegenüber in mir überwiegt. Bewunderung oder Wut. Großartige Show, Malfoy. Er klingt eine sarkastische Stimme und ich hebe ruckartig den Kopf. Es ist das erste Mal, dass Ginny Weasley mich anspricht. Und im Übrigen auch das erste Mal, dass ich so etwas wie Amusement auf ihrem Gesicht entdecken kann, obwohl ich anwesend bin. Davon ermutigt richte ich mein Wort ebenfalls das erste Mal, seitdem ich hier bin, direkt an sie. Ganz schön viele erste Male für einen gewöhnlichen Donnerstag, wenn ich es mir recht überlege. Warum ist Granger so unausstehlich, will ich wissen. Blaze wirft mir einen tadelnden Blick zu, aber Weasley zeigt sich überrascht unbeeindruckt. Sie kann dich nicht leiden. Erzähl mir etwas Neues. Geh ihr einfach aus dem Weg. Seltsam. Ich lasse meinen Blick zwischen den beiden hin und her wandern. Ihr gebt mir exakt dieselben Ratschläge, was schön und gut wäre, wenn ich darum gebeten hätte, an euren spannenden Trainings teilnehmen zu dürfen. Habe ich aber nicht. Wenn Potter mich dorthin beordert, kann ich schlecht etwas dagegen tun. Wieso kann sie sich nicht zusammenreißen? Sie hat ihre Gründe, gibt Weasley achselzuckend zurück. Allerdings gingen die dich nichts an. Also hör auf damit, dir den Kopf darüber zu zerbrechen. Du kannst froh sein, dass Harry den Großteil von uns davon überzeugen konnte, dich in Frieden zu lassen. Sie mustert mich kurz abschätzend. Dann wendet sie sich Blaze zu und unsere allererste Unterhaltung ist so schnell wieder beendet, wie sie angefangen hat. Schön. Dann werde ich Granger eben aus dem Weg gehen, wenn es sich von meiner Seite aus einrichten lässt. Und ich werde versuchen, mir nicht den Kopf über ihre sogenannten Gründe zu zerbrechen. Ich werde mich allerdings definitiv nicht von ihr tyrannisieren lassen, solange sie keinen wirklichen Grund dazu hat. Ich bin hier der Verräter, der Außenseite, der verhasste Todesser, schon klar. Aber ich bezahle auch dafür. Mit meinem Wissen und meinen Informationen. Ich werde mir meinen Platz hier erarbeiten. Vielleicht sogar irgendwann ein gewisses Vertrauen, wenn ich es geschickt anstelle. Ich werde beweisen, dass ich mit echten und ehrlichen Absichten hergekommen bin. Was hinter mir liegt, kann ich nicht ungeschehen machen. Aber ich kann zumindest versuchen, es irgendwie auszugleichen. Granger kann daran nichts ändern. Dafür müsste sie buchstäblich über meine Leiche gehen. Und bis dahin kann sie ihren persönlichen Krieg gegen mich gerne führen, wenn sie unbedingt will. Ich bin mehr als bereit. Mit einem Anflug von neugeschöpftem Enthusiasmus lasse ich mein Besteck fallen und meinen unberührten Teller stehen. Ich erhebe mich, ignoriere Blaze und Weasleys hochgezogene Augenbraue und verlasse den Speisesaal mit schnellen Schritten. Meine nächste, nette, kleine Session mit Lovegood steht erst in einer Stunde an. Und da ich nun hier herumspazieren darf, wie ich lustig bin, werde ich genau das tun. Und mir nebenbei einen Überblick von diesem verdammten Labyrinth verschaffen. So, und damit haben wir das Ende des Kapitels erreicht. Ich hoffe, es war okay, auch wenn meine Stimme leider immer noch ein bisschen im Eimer ist und ich hier tausend Tode in diesem sackenheißen Büro hier sterbe. Ich hoffe, es war okay und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in die neue Woche. Und damit bis nächste Woche. Ganz liebe Grüße. Eure Kauli.